Ja, zwei Spiele hat unser Neuzugang Rob Shearer schon für den VSV absolviert und seine Klasse aufblitzen lassen. Willkommen hier in Villach, Rob Shearer. Wie fühlst du jetzt in Villach in den letzten Jahren, als du immer mit Linz gegen Villach gespielt hast? Ja, ich weiß, es hat gut gemacht. Ich meine, die Leute haben gut gemacht mit mir und ich fühle mich sehr willkommen. Die Fans haben auch gut gemacht und es ist für mich sehr komfortabel. Also, warum hast du entschieden, dass du in der letzten Jahr zurückgekommen hast? Und was hast du im Moment gemacht? Ich ging nach Hause und dann war ich lokal und kommute nach und nach. Und die Möglichkeit kam, hier zu kommen. Ich sprach mit meiner Frau und meiner Familie und sie waren alle für das. Also, ich habe entschieden, dass ich zurückgekommen habe. Es ist eine schwierige Saison für die Vauhe. Vauhe dieses Jahr, du musst über die Qualifikation für die Play-Offs gehen. Was denkst du über die Chancen und über die Chancen in den Play-Offs? Ja, ich meine, es wird natürlich schwer sein. Es gibt acht große Spiels für uns. Aber wie die Leute haben, bevor ich hier bin und in ein paar Spiels, in denen ich hier bin. Ich denke, wenn wir hart arbeiten und unser Spielplan haben, haben wir eine sehr gute Chance. Es waren gute Spiels in den letzten Wochen, auch am Freitag. Aber ich denke, heute gegen Storment wird es ein komplett anderes Spiel sein. Ja, ich meine, sie hatten nicht das gleiche Spiel. Sie hatten einige Leute, also es wird ein bisschen anders sein. Aber auf unserer Seite müssen wir den gleichen Weg bleiben. Wir arbeiten hart und machen, dass wir einen guten Job machen. So, I hope for a good game, thank you very much and good luck for the season. Danke Rob Scherer und damit zurück ins Studio. Danke. Danke. Danke.